Herzlich willkommen zum Keyhelp-Administrator-Tutorial. In diesem wollen wir uns der Benutzerverwaltung zuwenden. Hierzu klicken wir im linken Menü auf Benutzerverwaltung. Dort erscheint dann in einer Tabelle entsprechend die Benutzerübersicht von den bisher angelegten Benutzerkonten. Ganz oben kann man entsprechend auch auf die Administratorkontenübersicht umschalten. Standardmäßig ist hier ein Benutzer Key-Admin angelegt. Dieser ist auch gleichzeitig der Hauptadministrator, das heißt er kann von anderen Administratorkonten nicht entfernt werden. Im rechten Bereich der Tabelle ist der letzte Login des Benutzers entsprechend dargestellt. Mit dem Button Administrator hinzufügen kann man einen weiteren Administrator-Account erstellen. Die Administrator-Accounts in Keyhelp sind grundsätzlich nur für administrative Arbeiten in Keyhelp selbst gedacht. Diese existieren ansonsten nicht als Systembenutzer unter Linux. Der Benutzername ist entsprechend natürlich frei wählbar, ebenso wie das Passwort, dessen Qualität während der Eingabe wieder angezeigt wird. Grundsätzlich ist es natürlich auch möglich ein Passwort generieren zu lassen. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist zu empfehlen. Im Falle eines vergessenen Passwortes ist über diese dann eine Passwort-zurücksetzen-Funktion möglich. Des Weiteren ist die Standardsprache des Administrators auswählbar. Vorgeschlagen ist hier üblicherweise Deutsch. Möglich wären des Weiteren auch noch Englisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Katalanisch und Bosnisch. Mit dem Haken Hauptadministrator kann man einem weiteren Administrator auch die Hauptadministratoren-Rechte geben, welche darin beruhen, dass diese andere Administratoren bearbeiten können, sowie White-Label-Einstellungen vornehmen können, welche bei dem normalen Administrator nicht angezeigt werden. So wäre es einem Hauptadministrator möglich, ein entsprechendes White-Label vorzunehmen, ohne dass ein normaler Administrator, welcher dies dann nutzen soll, entsprechend wieder verändern kann. Zurück in der Übersicht der Benutzerkonten, so kann man hier in der Tabelle entsprechend den Benutzernamen und den Kontaktnamen bereits angelegter Benutzerkonten sehen, sowie über das i noch weitergehende statistische Informationen, wie zum Beispiel angelegte Domains, verwendete E-Mail-Adressen oder zum Beispiel FTP-Benutzer. Des Weiteren ist schnell ersichtlich der verwendete Speicherplatz und der bisher verwendete Traffic in diesem Monat, sowie auch der letztmalige Login des Benutzers. Über das Stiftsymbol können die entsprechenden Benutzerrechte bearbeitet werden, hier zugleich mehr, wenn wir zum Benutzer hinzufügen kommen. Des Weiteren ist es auch möglich, sich als dieser Benutzer direkt einzuloggen oder entsprechend natürlich den Benutzer auch zu löschen. Über Benutzer hinzufügen wird das entsprechende Menü aufgerufen, in welchem Benutzer angelegt werden können. Hier kann der Benutzername angegeben werden, ebenfalls natürlich auch die gewünschte Standardsprache des Benutzers, die E-Mail-Adresse, an welche dann auch die bei neu angelegten Benutzern oder bei geänderten Passwörtern Zugangsdaten gesendet werden. Das Passwort kann entsprechend wieder frei gewählt werden oder alternativ generiert werden. Mit dem Haken Systemdomain erstellen wird auf Basis des Serverhostnamen eine Domain Benutzername.Serverhostnamen erstellt, welcher dem Benutzer bereits zugewiesen ist, sodass er auch ohne eigene Domain zumindest auf seinen Webspace bereits zugreifen kann. Unter Kontovorlage kann man gegebenenfalls angelegte Vorlagen auswählen, welche dann Ressourcenberechtigungen, PHP-Einstellungen und so weiter bereits vornehmen, sodass man diese nicht bei jedem Nutzer von vorn manuell konfigurieren muss. Das Notizfeld kann von dem Administrator für entsprechende Informationen über den Benutzer verwendet werden, zum Beispiel interne Vermerke. Diese werden dem Benutzer selbst nicht angezeigt. Darunter ist noch die Möglichkeit, ein Konto direkt zu sperren. Dies ist eher bei bereits angelegten Benutzern relevant. Alternativ ist es auch möglich, über eine Automatisierung ein Datum vorzukonfigurieren, an welchem ein Konto gesperrt werden soll oder wenn es gelöscht werden soll. Unter Kontaktdaten können ansonsten entsprechende Informationen über den Benutzer bzw. Kunden angelegt werden. Diese Daten sind alle freiwillig. Einer der wichtigsten Reiter wäre auch Ressourcen und Berechtigungen. Hier können der verfügbare Speicherplatz, verfügbarer Traffic, die Anzahl der durch den Benutzer anlegbaren Domains oder Subdomains, E-Mail-Konten und Adressen, Datenbanken, FTP-Benutzer und geplante Aufgaben festgelegt werden. Hier können entsprechende Zahlwerte oder auch der Haken unbegrenzt verwendet werden. Unter den weiteren Berechtigungen ist es möglich, dem Benutzer FTP-Zugriff zu gewähren, das Ausführen von PHP-Dateien. Diese beiden Optionen sind standardmäßig ausgewählt. Das Ausführen von Perl- oder CGI-Skripten oder SSH-Zugriff. Diese sind aus Sicherheitsgründen standardmäßig nicht gewählt. Bei SSH-Zugriff ist zu bedenken, dass hier aktuell der Benutzer nicht in seinem Home-Verzeichnis eingesperrt wird, sondern sich im Rahmen der Benutzerberechtigungen auf dem System bewegen könnte. Des Weiteren ist mit einem Standardhaken versehen das Recht Backups erstellen und natürlich der Panel-Zugriff sowie zusätzliche Rechte, welche standardmäßig nicht ausgewählt sind, sind der Zugriff auf den DNS-Editor, die Domainsicherheit, der Kunde dann entsprechend bei voreingestellten SSL-Zertifikaten oder Let's Encrypt-Zertifikaten Domainoptionen vornehmen kann. Die Zertifikatsverwaltung würde einen Zugriff auf den TLS-SSL-Bereich erlauben, wodurch der Kunde auch eigene Zertifikate im System hinterlegen kann. Des Weiteren ist es möglich, dem Kunden einen Datenbank-Fernzugriff zu gestatten, sofern dieser generell auf dem System aktiviert ist und die Möglichkeit, dass er seine Kontaktdaten außer der Kundennummer ändern kann. Im Reiter PHP können des Weiteren die PHP-Ressourcen wie das Memory Limit, die maximale Ausführungszeit von PHP-Skripten sowie die Post-Max-Sites und die Upload-Max-Filesites geändert werden, welche bestimmen, wie große Dateien über PHP hochgeladen werden können bzw. wie viel Arbeitsspeicher ein PHP-Skript maximal verwenden darf. Des Weiteren kann das OpenBase-Dier eingestellt werden und unter SendMail-Form kann entsprechend eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Grundsätzlich sollte es eine E-Mail-Adresse sein, die im System selbst verwaltet wird, da es ansonsten mit SPF-Prüfungen fremder Mail-Server zu Problemen kommen kann. Vorausgefüllt wäre auch das Disable-Functions-Feld, in welchem entsprechend gegebenenfalls sicherheitskritische Funktionen aufgeführt sind, welche standardmäßig durch das System blockiert sind. Sollte entsprechend ein Benutzer derartige Funktionen für eine bestimmte Anwendung benötigen, ist es natürlich möglich, diese bei Bedarf freizugeben. Im Feld für zusätzliche PHP-Einstellungen können entsprechend der PHP-Inni-Syntax weitere PHP-Parameter vorgenommen werden. Diese werden dann entsprechend von Keyhelp in der passenden PHP-FPM-Pool-Datei für den Benutzer hinterlegt. Im Reiter PHP-FPM können des Weiteren noch die Anzahl der PHP-FPM-Prozesse, welche für den Benutzer möglich sind, festgelegt werden. Standardmäßig wären das aktuell drei. Diese können entsprechend limitieren, wie viele Benutzer gleichzeitig auf eine Domain zugreifen können. Für normal besuchte Webseiten ist drei ein durchaus ausreichender Wert. Bedenken sollte man hier immer, dass das Memory-Limit eines PHP-Prozesses multipliziert mit der Anzahl der PHP-FPM-Children den maximalen RAM-Verbrauch für den jeweiligen Benutzer festlegt. Dies sollte bei der Zuteilung der Ressourcen entsprechend mit den verfügbaren Ressourcen des Systems im Einklang stehen, sodass es hier nicht zu einer Überlastung des Systems kommen kann. Die Max-Requests geben dabei noch an, wenn ein PHP-FPM-Child automatisch beendet werden soll, um gegebenenfalls bei einem unsauber laufenden Skript trotzdem zu einem Ende des PHP-FPM-Prozesses kommen zu können, welches diesen ansonsten gegebenenfalls blockieren würde. Mit dem Haken Status-Seite aktivieren ist zudem noch eine PHP-FPM-Status-Seite aktivierbar, unter welchen man bestimmte Statusinformationen zu dem Prozess erfahren kann. Grundsätzlich ist diese deaktiviert und es ist natürlich auch möglich, diese auf eine bestimmte IP-Adresse einzuschränken, von welcher dann der Zugriff auf diese erfolgen kann. Soweit zum Anlegen eines Benutzers. Grundsätzlich stehen diese Optionen alle auch nachträglich für bereits angelegte Benutzers über das Stiftsymbol zur Verfügung. Angelegte Benutzer sind hierbei entsprechend im System angelegte Systembenutzer, welchem das Verzeichnis Home-Users Benutzername gehört. Dort in diesem Ordner können diese Benutzer dann im Ordner www und im Ordner Files schreiben. Die fraglichen Benutzernamen sind auch gleichzeitig der Haupt-FTP-Account des jeweiligen Benutzers, sodass ein zusätzliches Anlegen von FTP-Benutzern nicht unbedingt erforderlich ist. Soweit zur Keyhelp-Benutzerverwaltung. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial. Untertitelung des ZDF für funk, 2017